Jens Henrik Jensen, Ochsen, Noctis, aus dem Dänischen von Friederike Buchinger, gelesen von Dietmar Wunder. Produktion, der Audio Verlag. Teil 1 Die Welt Sein winziges Universum war rund und genauso grauenhaft wie das Große. Die Aussicht war begrenzt und grenzenlos zugleich. Er konnte alles heranzoomen und schwenken, Dinge und Lebewesen zu sich heranholen oder von sich wegstoßen, konnte sie ins Jenseits befördern und ihrer Existenz ein Ende bereiten. Alles geschah immer in diesem kreisförmigen Querschnitt des Augenblicks, geformt und skalierbar gemacht. Mit Hilfe der besten Prismen im Zielferanglas der Firma Schmidt und Bender aus Wetzlar, dem Herzen der deutschen optischen Industrie, wo auch so berühmte Namen wie Leica und Zeiss zu Hause waren. Er dagegen hatte schon immer auf S und B geschworen. Er hatte das Gefühl, sein halbes Leben in dieser speziellen Dimension der Wirklichkeit verbracht zu haben. Hier bestimmte nur er mit dem uneingeschränkten Mandat, dass der 601 mm lange Gewehrlauf seiner finnischen Tika T3 CTR ihm verlieh. Er entschied über Leben und Tod. Mit dem rechten Auge immer auf der Hut und mit dem linken auf Standby. Er zog das Tarnitz ein wenig zurecht und konzentrierte sich dann wieder auf die vier Männer, die unbeirrt weiter wanderten und es doch nicht schafften, das dünne Fadenkreuz mit den winzigen Dots abzuschütteln, das fast wie angeboren vor seiner Iris lag. Gerade befanden sich die Gestalten mit ihrer militärischen Ausrüstung auf offenem Feld. In Reih und Glied marschierten sie durch die verwehten Schneereste das letzte Stück auf den Waldrand zu. Der Abstand zu ihnen betrug rund 300 Meter. Vorweg ging der Größte, energisch und mit auffallend geschmeidigen Bewegungen. Hinter ihm folgte der kleine Dicke und als Dritter kam der Stämmige mit den breiten Schultern. Die Nachhut bildete einen hagerer Typ mit schwarzem Käppi. Jetzt sagte, oder besser gesagt rief der Fette irgendetwas. Vermutlich war es an den Gruppenführer ganz vorn gerichtet und rieb sich dabei mit einem breiten Grinsen den Bauch. Aber die Entscheidung war schon lange gefallen. Noch bevor dieser Tag zu Ende ging, würde das Leben dieser Männer Geschichte sein. Der gellende Ruf von hinten ertönte, während er gerade die Stille und die leisen Geräusche genoss, die die kleine Gruppe auf dem gefrorenen Boden verursachte. Das Keuchen im Rücken war zwar lauter, als er es gewöhnt war, aber wenigstens ging es vorwärts. Die einzige Richtung, die es gab. »Ochsen, wann gibt's denn endlich was zu essen, Mann? Ich könnte einen ganzen Ochsen verdrücken.« Der Ausbruch wurde mit vereinzeltem Gelächter quittiert. Er lächelte, aber als er antwortete, war sein Gesicht wieder ernst. »Immer mit der Ruhe, Scram. Gegessen wird erst, wenn wir den Shelterplatz erreicht haben. Ich schlage vor, dass du ein paar Fallen aufstellst und uns was Leckeres besorgst, einen Hasen oder von mir aus auch ein Eichhörnchen. »He, Eichhörnchen, hast du sie noch alle, Chef? Ich hab eine Lunchbox mit Roastbeef, Remoulade und Röstzwiebeln dabei. Kannst du schweigen von den zwei Schweinerippchen mit Rotkohl?«, gluckste der kräftige Mann. Ihre kleine Truppe sah auf den ersten Blick vielleicht aus wie eine Militäreinheit im Einsatz, war aber absolut zivil und verfolgte ausschließlich soziale Zwecke. Man hatte ihm den gut gemeinten Rat gegeben, dass sich innerhalb der Gruppe alle mit Vornamen ansprechen sollten, um den zivilen Charakter des Projektes und die Gleichrangigkeit untereinander zu betonen. Er hatte den Rat ignoriert. Wo diese Männer herkamen, war nur der Nachname üblich, und er selbst würde sich sowieso niemals daran gewöhnen. Menschen, die er kaum kannte, beim Vornamen zu nennen. Der Einfachheit halber, oder war es ein Reflex, bezeichnete er die Teilnehmer gedanklich nach ihrer Funktion, wenn er ihre Handlungsmuster reflektierte oder sie insgeheim beobachtete. In seiner Vorstellung bildeten sie die kleine Einheit, die ihm am vertrautesten war, eine Jägerpatrouille. Er war der Patrouillenführer, und dazu kamen, wie es sich gehörte, ein Speer, ein Funker, ein Sprengmeister und ein Sanitäter, der sein Flickzeug dabei hatte. Trotz seiner Abneigung gegen Vornamen wusste er natürlich, dass der hungrige Skram mit der Remoulade tatsächlich Peter hieß. Und er kannte auch die Geschichte, warum aus dem Peter vor einer halben Ewigkeit ein Pedder mit weichem D geworden war. Angeblich war das seinem ausgesprochen ungeschickten Verhältnis zu Schusswaffen geschuldet. Denn mit dem Konsonantenwechsel trug er nun denselben Namen wie die dänische Fregatte Pedder Skram, die sich 1982 weltweit in die Schlagzeilen geschossen hatte, als sie bei einer Übung versehentlich eine Harpoonrakete auf ein Ferienhausgebiet im Lumsors auf Seeland abfeuerte, zum Glück ohne dass Menschen zu Schaden kamen, da gerade keine Urlaubssaison war. Es gab keine dumme Bemerkung über den gut gepolsterten, ewig hungrigen Peter, Pedder Skram, die nicht schon gemacht worden war. Deshalb belies er es bei einer kurzen Antwort. Okay, aber die Proviantpakete reichen nur für den Lunch, Skram. Deshalb ernenne ich dich hiermit zum Verantwortlichen für das Abendessen. Im Gefolge hinter seinem Rücken wurde gefeixt. Wie weit ist es bis zum nächsten Supermarkt, Ochsen? Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Skram unser Küchenchef sein soll. Es war der Springmeister, der aus dem Hintergrund kommentierte. Supermarkt? Hier gibt es im Umkreis von zehn Kilometern keine Geschäfte. Unser Hoflieferant ist die Natur. Wenn Skram völlig versagt, müssen wir Rinde nagen, antwortete er. Der Springmeister schnaubte. Pst, Rinde nagen? Jetzt dreht er endgültig durch. Wir stimmen ab. Wer ist dafür, dass wir Ochsen als Mentor und Expeditionsführer absetzen und uns auf der Stelle zur nächsten Kneipe durchschlagen? Mentor? Er ließ sich das Wort einen Moment lang auf der Zunge zergehen. Es schmeckte irgendwie komisch. Hm, Mentor. Aber auch wenn er sich von Anfang an nicht so richtig mit dieser Rolle hatte identifizieren können, war er genau das. Ein Mentor. In die Ecke gedrängt, hatte er schließlich zugestimmt, Teil dieses sogenannten Mentorenprogramms für Kriegsveteranen zu werden. Für Leute, die eine helfende Hand brauchten. Leute, die aus unterschiedlichen Gründen in Schwierigkeiten steckten. Die Mühe hatten, sich wieder in eine Gesellschaft einzugliedern, in der die Menschen sich über eine geregelte Erwerbsarbeit definierten, der keiner von ihnen nachging. Also für Leute wie ihn. Mit dem kleinen Unterschied, das er früher zur Elite gehört hatte, zu der Truppe mit den Bordeaux-roten Barretts und dem nahezu unerreichbaren Schulterabzeichen auf dem Jäger stand. Die Männer, die in einer Reihe hinter ihm gingen, seine Mentees, waren ganz normale Zeitsoldaten gewesen. Und jetzt hatten sie ausgedehnt. Er hatte ihren Respekt von der ersten Sekunde an gespürt. Bei ihrem ersten Treffen in der Svenemühlenskaserne hatte er sich mit vollem Namen, Alter und seiner Jägernummer vorgestellt. Mehr war nicht nötig gewesen. Sie kannten seine Geschichte und einige seiner Missionen. Sie kannten die Hintergründe für die Verleihung der diversen Ehrenabzeichen. Und sie konnten detailgetreu den Handlungsverlauf nacherzählen, der ihm als einzigem im Königreich das Tapferkeitskreuz eingebracht hatte. Natürlich wussten sie aus den Medien auch, was er in den letzten Jahren durchgemacht hatte und dass er zu einem gewissen Zeitpunkt von allen und jedem gejagt worden war, sogar von der dänischen Polizei, weil er unschuldig unter dem Verdacht gestanden hatte, ein Mörder zu sein. Wenn er Deckung befahl, würden seine Veteranen sich auf der Stelle auf den Bauch werfen. Wenn er bellt befahl, würden sie bellen. Rinde? Ehrlich? Ähm, was denn für Rinde, Ochsen? Der Sprengmeister klang trotzdem neugierig, jetzt wo er den Gedanken einen Moment hatte sacken lassen. Birkenrinde zum Beispiel. Daraus kann man Birkenspaghetti machen, oder von mir aus auch Birkennudelsuppe. Aber nur aus dem Kambium. Das ist die weiche Schicht unter der äußeren Rinde. Die äußere Rinde hat zu viel Gerbsäure und, naja, würde dir den Magen kaputt machen. Man schneidet das Kambium in dünne Streifen und kocht es 15 bis 20 Minuten. Die meisten Nährstoffe landen dabei im Wasser, deshalb sollte man auch die Brühe schlürfen. Im Frühjahr, kurz bevor die Birken ausschlagen, ist der Kohlenhydratgehalt am höchsten. Dann sind ungefähr 5% von dem, was du einsammelst, Kohlenhydrate. Im Winter? Es ist etwas weniger. Hier draußen ist eine Menge essbar. Und bevor man verhungert ... Hast du das ausprobiert, Ochsen? fragte der Sprengmeister. Ja. Und wie hat es geschmeckt? Zum Kotzen. Scrum! Ich will meine Aldente! Sonst setzt's was! brummte der Gruppenälteste der Sanitäter. Haben wir Ketchup? Ich meine, falls es nachher doch Eichhörnchen gibt. Der Speer grinste. Er redete nicht oft, und es war nicht leicht, ihm ein Lächeln zu entlocken. Aber der Mann hatte in den letzten Jahren auch nicht viel zu lachen gehabt. Er war in Afghanistan gewesen und hatte mit ansehen müssen, wie sein bester Freund von einer Bombe zerfetzt wurde, die zwischen Steinen am Wegrand versteckt gewesen war. Das hatte ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Komplett. Wie weit ist es noch? rief der Sanitäter. Sprengfallen und all die anderen selbst gebastelten, todbringenden Drecksdinger, USBV, unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, zeichneten sich dadurch aus, dass sie viele in den Abgrund rissen. Ganz einfach formuliert, bestand seine Aufgabe darin, die Männer wieder aufzurichten. Sie im besten Fall in die Lage zu versetzen, die ersten vorsichtigen Schritte auf dem Arbeitsmarkt zu unternehmen. Er sollte Vorbild sein, sie inspirieren und seine Erfahrungen und Kompetenzen mit ihnen teilen. Diese Beschreibung stammte nicht von ihm. Er konnte sich nicht daran erinnern, sich an irgendeinem Punkt seines Lebens eingebildet zu haben, anderen etwas beibringen zu können. Schon gar nicht nach seiner Scheidung und dem nachfolgenden Absturz. Nein, die Worte stammten vom Leiter des Veteranenzentrums Kopenhagen, Leif Husum. Husum, den er seit ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Balkan gut kannte, war mittlerweile Oberst und hatte nach einigen Jahren in der Verwaltung des Veteranenzentrums in der Ringstedt-Kaserne die Leitung seines Standorts in Kopenhagen übernommen und es fehlte ihm nur noch ein Jahr bis zum Ruhestand. Husum hatte in seinem Büro gesessen, sich seine Pfeife angezündet, ihm eine Tasse Kaffee eingeschenkt, ihn durchdringend angesehen und dann auf seiner stille, gelassene Art sein Anliegen vorgetragen, seine Herausforderung. Mentor? Vorbild? Ochsen hatte seine eigene prompte Antwort noch deutlich im Ohr. Ähm, danke, nein. Warum nicht? Wie soll ich anderen den Weg zeigen, wenn … In der kurzen Pause, in der er die richtige Wortwahl überdenken wollte, hatte der Oberst den Satz für ihn zu Ende geführt. Wenn du ihn nicht einmal selbst finden kannst … Exakt. Gerade deshalb, Ochsen. Der Leiter des Veteranenzentrums hatte seine kleine, philosophische Saat im duftenden Tabakrauch gehüllt. Und dann hatten sie das restliche Gespräch darauf verwendet, über die guten alten Zeiten zu sinieren, die mit wachsendem Abstand nur immer besser wurden. In den Tagen nach ihrem gemütlichen Nachmittag in der Kaserne war er standhaft geblieben. Er wollte sich nicht als hochdekorierter Superheld zur Verfügung stellen, der den Verkehr aufhielt, damit die kleinen Entenküken wohlbehalten über die Straße kamen. Er war dafür absolut ungeeignet und er war absolut unnachgiebig. Bis zu seinem nächsten Treffen mit Laila. Laila verfügte nämlich über eine erstaunliche Fähigkeit. Laila konnte ihn ins Wanken bringen, mit Worten, voller Vertrauen, voller Vernunft, genau wie eine dünne Hebestange etwas Schweres in Bewegung setzen konnte. Laila Damjanovic war Psychologin und arbeitete für das Veteranenzentrum mit seinen Standorten in landesweit acht verschiedenen Kasernen. Bei ihr hatte er das begonnen, was als langfristiger Therapieverlauf vereinbart worden war. Oder anders gesagt, wann Schluss war, stand in den Sternen. Darüber hinaus stammte Laila Damjanovic ursprünglich aus Bosnien, sie war als Kind mit ihrer Familie im Strom muslimischer Flüchtlinge vom Balkan nach Dänemark gekommen. Laila war, Hallo, Ochsen, ist bei dir noch jemand zu Hause? Es war der Sanitäter, der von hinten rief. Er drehte sich um. Was ist? Na was, ich dich gerade gefragt habe. Wie lange dauert es noch? Ochsen war unkonzentriert und in Gedanken weit weg gewesen. Hatte ihn jemand etwas gefragt? Wenn du den Weg bis zum Schelterplatz meinst, eine knappe Stunde. Sie setzten den Marsch über den leicht gefrorenen Boden fort. Der Wind hatte den Schnee fast überall weggeweht, das Gras knirschte unter ihren Stiefeln. Selbst jetzt bezweifelte er noch, dass er für diesen Job der geeignete Mann war. Er wusste nur, dass er alles tun würde, was in seiner Macht stand, um den Männern einen Anstoß in die richtige Richtung zu geben. Das hatte er sich selbst versprochen. Und Leila. Sie steuerten auf den Wald zu. Dort im Schatten lag immer noch ziemlich viel Schnee. Jenseits des Waldes würde sich die Landschaft wieder öffnen. Die Luft war kalt. Er hatte das Gefühl, sie riechen zu können. Es war nur ein schwacher Hauch. Leila trug immer dasselbe Parfum, schwer und würzig und trotzdem leicht und flüchtig. Und so fühlte es sich ja irgendwie auch an, nah und fern. Es sei denn. Gehen wir durch den Wald, Chef? kam die Frage vom Funkersgramm. Ja, in einer Reihe, antwortete er. Auf der anderen Seite liegt ein Tal. Dort ist das Lager. Eine Kunstpause leitete zu dem effektvollen Abschluss über, den die mehr als 600 Zuhörer in der Europahalle des Ollburger Kongress- und Kulturzentrums bereits kommen sahen. Sozialministerin Liz Laugesen war eine scharfsinnige Frau. Nicht ein einziges Mal hatte sie sich verhaspelt oder in irgendeiner Form gezögert. Sie saß erst seit sieben Monaten auf dem Ministerposten, aber schon jetzt hatte sie sich mit ihrer Professionalität und Sachkenntnis, die sie als ehemalige Leiterin des Sozialamts der Kommune Odense mitbrachte, im Ministerium großen Respekt verschafft. An so etwas war man hier nicht unbedingt gewöhnt. Ebenso wenig wie in den restlichen Ministerien des Landes, denn ein Chef mit Berufserfahrung war in der Politik ungefähr so selten wie Tau in der Sonne der Atacama-Wüste. Die Konferenz für die oberste Führungsebene sozialer Einrichtungen aus allen 98 Kommunen des Landes war die Idee der Ministerin gewesen. Die Teilnehmer sollten das gewonnene Wissen mit nach Hause nehmen und ihre Institutionen am neuen Kurs der Regierung ausrichten, der an die jüngste, umfassende Sozialreform angelehnt war. Die Sozialministerin blickte über den Rand ihrer Brille auf die große Versammlung hinunter. Sie hatte genug Selbstbewusstsein, um die Kunstpause in die Stille hinein zu verlängern. Dann blätterte sie die letzte Seite ihres Manuskriptes um. Ein langer und spannender Tag neigt sich dem Ende zu. Nehmen sie die Inspirationen mit in ihren Alltag, geben sie die Ideen weiter und sorgen sie dafür, dass sie auf fruchtbaren Boden fallen. Dort draußen sind eine Menge Menschen, die auf uns bauen. Vielen Dank! Der Applaus war wie eine große Welle, die erst nach einer ganzen Weile die Küste erreichte und dort langsam verebte. Die Moderatorin, die durch den Tag führte und als Bindeglied zwischen den verschiedenen Beiträgen fungierte, war ein bekanntes Fernsehgesicht des Senders TV2 und vom Sozialministerium für diesen Anlass engagiert worden. Als Liz Laugesen ihr Honorar erfahren hatte, war sie ausgeflippt und hat auf den Tisch gehauen, aber das war einen Mailwechsel zu spät gewesen. Und nun, sagte das Fernsehgesicht und wedelte launig mit einem weißen Umschlag in Richtung Podium, wo inzwischen eine kleine Bronze-Skulptur ins grelle Scheinwerferlicht gestellt worden war. Zum letzten Programmpunkt dieses Nachmittags, der Verleihung des neu gestifteten Preises unseres Sozialministeriums, des Danish Social Work of the Year Award. Der Preis, der in den Medien mit großem Interesse zur Kenntnis genommen worden war, trug natürlich einen schicken englischen Namen, ganz wie es sich gehörte. Die Nominierten sind, wiederhielt die Moderatorin mitten im Satz mit angehaltenem Atem inne, als ginge es um den perfekten Tortenboden bei das große Backen. Dann fuhr sie fort, das Obdachlosenprojekt Heimatlose Herzen Kopenhagen, das neue Zentrum für von Gewalt betroffene Frauen in Aarhus und eine soziale Einrichtung in freier Trägerschaft, der Shelterfonds. Mit diesem Preis war Vater Staat über die Schwelle des einzigartigen Award-Universums getreten, wo jeder jedem huldigte, aber vor allem sich selbst und wo der nächste Schritt unweigerlich The Award for the Best Award of the Year sein würde. Wahrscheinlich musste man demnächst sogar beim Bäcker auf der Shortlist stehen, damit man am Sonntagmorgen nicht leer ausging und seine vier Brötchen und eine Zimtschnecke bekam. Und gewonnen hat die Fernsehmoderatorin hob den Umschlag, brach das Siegel und zog eine goldene Karte heraus. Gewonnen hat der Shelterfonds darf ich Martin Smilt auf die Bühne bitten? Ihre Aufforderung ging in dem tosenden Applaus beinahe unter. Es erhob sich zwar nicht Al Pacino und winkte in alle Richtungen, aber der Mann war mit seinem dunkelblauen Anzug und der himmelblauen Krawatte mindestens so gut gekleidet. Martin Smilt beschränkte sich darauf zu lächeln und ein paar Mal freundlich zu necken. Die geladenen Journalisten ganz hinten im Saal machten große Augen. Ein Gewinner, der nicht aus den eigenen, staatlich geförderten Reihen stammte, war eine richtig gute Geschichte und einer mit seinem Hintergrund war sogar noch besser. Der 56-jährige Martin Smilt, Vorstand und Gründer des Shelterfonds, strahlte Freundlichkeit und Würde aus, als er über das Parkett schritt und ruhig die Bühne betrat, während das Publikum immer noch begeistert klatschte und die Kameras der Pressefotografen blitzten. Er entsprach offenbar genau den Erwartungen und Vorstellungen, die man von einem Mann mit seinen in diesem Zusammenhang ungewöhnlichen Qualifikationen hatte. Er war Studierter, Psychotherapeut und verfügte über mehrere Zusatztitel als Coach, aber weit aufsehenerregender war, dass er als ehemaliger Elite-Soldat der sagenumwobenen Spezialeinheit des dänischen Heers dem Jägerkorr angehört hatte. Nur rund 400 Männer waren seit 1961 ausgebildet und in physischer wie auch psychischer Hinsicht für uneingeschränkt tauglich befunden worden, dort ihren Dienst zu leisten. Alle wurden sorgfältig ausgewählt, mit den feinsten Gewichten gewogen und als geeignet erachtet, unter dem höchstmöglichen Druck zu agieren, dem man einen Menschen aussetzen konnte. Viele träumten davon, sich eines Tages das berühmte Bordeaux-rote Barrett der Jäger auf den Kopf setzen zu dürfen. Die meisten brachen sich auf halber Strecke dorthin das Genick. Die Sozialministerin erschien mit einem üppigen Blumenstrauß und einem überdimensionierten Scheck über 100.000 Kronen auf dem roten Bühnenteppich. Mit vollen Händen umarmte sie den Gewinner, es blitzte erneut als Blumencheck und zuletzt die Bronze-Skulptur überreicht wurden. Der Beifall erstarb, als die Ministerin ans Mikrofon trat. Es ist mir eine große Ehre, dem Shelterfonds und Martin Smilt zu diesem Preis zu gratulieren und ich freue mich, ihnen die Begründung der Jury zu übermitteln. Sie lautet wie folgt. Die Jury hat sich einstimmig für den Shelterfonds entschieden, für das fachlich fundierte Engagement zum Wohle der Schwächsten in unserer Gesellschaft, aber vor allem für eine Bevölkerungsgruppe, um die wir uns als Land in den letzten Jahren nicht gut genug gekümmert haben, auch weil wir, anders als beispielsweise die USA, nicht dieselbe langjährige Tradition auf diesem Gebiet haben, und zwar für unsere Kriegsveteranen, Menschen, die an einer Vielzahl internationaler Missionen mitgewirkt haben, beginnend mit Dänemarks Einsatz während des Bürgerkriegs in Ex-Jugoslawien, Anfang der 90er Jahre, und die seitdem Narben an Körper und Seele tragen. Wie sonst keine andere Institution erzielt der Shelterfonds bei seiner Arbeit mit Kriegsveteranen, die von posttraumatischem Stress oder von anderen schwerwiegenden Auswirkungen betroffen sind, wunderbare Erfolge. Die Jury hofft, den Shelterfonds durch die Verleihung des neugestifteten Preises unseres Sozialministeriums, des Danish Social Work of the Year Award, auch in seinem zukünftigen Wirken zu bestärken und zu inspirieren. Die Ministerin machte eine kurze Pause, dann fuhr sie mit strahlendem Lächeln fort, und lassen Sie mich persönlich hinzufügen, dem schließe ich mich von ganzem Herzen an. Sie haben diesen Preis so sehr verdient. Meine Damen und Herren, Applaus für den Shelterfonds und Martin Smilt. Nachdem sich der Beifall gelegt und man den Vorstand und Gründer des Fonds von Scheck und Blumen befreit hatte, trat er ans Mikrofon und hielt die kleine Bronzeskulptur gut sichtbar vor sich hoch. Ist sie nicht schön? Ein Herz zwischen zwei Händen. Tausend Dank. Ich widme sie unserem ganzen Team, das an jedem einzelnen Tag einen so herausragenden Einsatz zeigt, das ganze Jahr über. Danke. Der ehemalige Jägersoldat drückte die Skulptur an seine Brust und nickte zum Publikum. Es sah aus, als würde er kurz nach den richtigen Worten suchen müssen. Ich, ich möchte Ihnen hier und heute auf dieser Bühne nur dieses eine kleine Versprechen geben. Wir werden unsere Arbeit für die Schwächsten der Gesellschaft fortsetzen und wir werden uns Mühe geben, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Denn dort draußen sind leider viele, die keine Kraft und keine Mittel haben, die ihren Alltag nicht allein bewältigen können, die es nicht schaffen, jeden Tag aufs Neue aufzustehen und dabei sind die Kriegsveteranen ja nur eine kleine Gruppe. Sie haben viel gegeben und so wenig zurückbekommen. Martin Smilt runzelte die Stirn, als müsste er über etwas nachdenken. Dann fuhr er fort. Nur eins noch zum Schluss. Der Shelterfonds ist, wie Sie vielleicht wissen, an einer Reihe von Projekten im Ausland beteiligt. Daher freue ich mich, Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass wir bei der nächsten Vorstandssitzung den offiziellen Beschluss fassen werden, unsere Namen in The Shelter Foundation zu ändern. Ein Name, der im täglichen Gebrauch wohl etwas besser zu unserer Arbeit über die Landesgrenzen hinaus passt. Da wir bekanntermaßen eine Non-Profit-Organisation sind, gibt es keine Eigentümer oder Aktionäre, die gewisse Gewinnausschüttungen erwarten. Und dafür kann man sehr dankbar sein. Denn schließlich verfolgen wir nur ein einziges Ziel. Wir wollen uns um die Leben kümmern, die vielleicht anders verlaufen sind als meines oder ihres, die aber dennoch voller Möglichkeiten stecken. Ich danke Ihnen. Der Stifter des Shelterfonds verbeugte sich tief und verließ von lautem Beifall begleitet die Bühne, die kleine Bronzeskulptur hoch über den Kopf gehoben. Dann setzte er sich wieder neben seine Sekretärin in die erste Reihe und gab ihr das Kunstwerk, damit sie es auch bewundern konnte. Untertitelung des ZDF, die Schleifung des ZDF, Schleifung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020